Das ist das Ruhmesblatt in der Geschichte des preußischen Bürgers. Sie wussten es, wo die Gefahr liegt, da ist auch der Ausweg und der Sieg. Und wenn heute, im Jahr 1813, sechs Jahre später, wieder der Bürger aufsteht, das Volk aufsteht, Majestät, dann ist es beseelt von jener geheimnisvollen Kräut und dem Beispiel, das ihm die Kolwacker einmal gaben. Sie trachten danach, den Bürgern von Kolwacker zu gleichen. Sie wollen die Fesseln endgültig abschütteln. Das Volk steht auf zur kommenden Völkerschlacht, Majestät. Der Sturm bricht los. Um, Fesseln? An mein Volk, 1813, im Jahre der Freiheit, aus Asche und Römer wird sich ein König, ein neues Volk erheben, ein neues Reich. Das Volk steht auf, das Volk steht auf, das Volk steht auf, der Sturm. Das Volk steht auf, 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 das Volk steht auf Untertitelung des ZDF, 2020